Hallihallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Madden NFL 20 Ultimate Team. Ja, wohl, es ist die Folge nach dem Super Bowl. Ich werde jetzt zwei Folgen auf einmal aufnehmen. Wir haben unseren MVP mehr oder weniger schon und gegen den müssen wir jetzt auch spielen. Denn wir spielen hier gegen die Chiefs und hoffen, dass wir hier diese fünf Sterne einfangen können. Wir spielen auf Pro Competitive. Take on the Chiefs in Super Bowl 54 at Hard Rock Stadium in Miami. Earn a Bonus start by limiting Patrick Mahomes in the Chiefs. Number two in Passing Yards this season to 150 of your Passing Yards. Secure another by running up to the Scoreboard with 40 plus Points. Okay, das müssen wir versuchen jetzt hinzukriegen. Wir müssen Mahomes unter 150 Passing Yards halten und gleichzeitig schauen, dass wir 40 Punkte auf Scoreboard kriegen. Ja, mal gucken, ob uns das gelingt gegen diesen Herren hier. Am Donnerstag lösen wir dann Mahomes ein und boosten einen Spieler von uns auf 97 und verkaufen zwei weitere. Wir spielen die Chargers um den Super Bowl. Gegen die Kansas City Chiefs. Kansas gegen die San Diego Chargers. Oh, da kriegt uns der Hüttel-Fühl. Hier kommt Michael Vick. Und hier haben wir vorgenommen, wir nehmen immer den ersten Spielzug, der oben angezeigt wird für den First Down. Also, jetzt Strong Stretch. Hier ist der Guide. Da ist der Guide. Das war schon Lynch. Mahomes dann erst auf dem Wochenende dabei. Was ist das? Das war's. Also, ich habe Wiener. Das war's. Das war's. Oh, die haben wir nicht kommen sehen. Eckler fällt, kommt auch noch zu 47. Da war der Zmuck. Und aus dem Eckler zur 46. Der ist aber noch gekriegt, den zweiten nicht mehr. Lockett, L. und Devante Parker. Oh, und sie kriegen uns. Das hat nicht gut ausgeschaut. Das hat nicht gut ausgeschaut. Inside Zone, 2nd and 20. Die O-Line was runblocking again. I mean, they opened up a big hole last time. This time they opened up a hole and the quarterback got sacked. Kommen nicht weit. Parker Lockett und Allen. Nein, inkomplett. Also die 40 Punkte werden eng. Und jetzt gilt's, ihn hier aufzuhalten. Schneller Pass. Zwei Yards. Gibt's nur im zweiten und es steht 0-0. Habe mich auch ein bisschen anders vorgestellt. Jawoll. Nur ein Yard. Damien Williams. Und Kelsey ist down. Desmond King. Und wir kriegen den Ball zurück. Jawoll, Tyler Lockett läuft immer noch. Tyler Lockett. Und das ist der erste Touchdown. Die Chargers führen. Punt return. Punt return. He returns that punt, 73 yards. As his guys are on the board first here tonight. So that is how we get our first points here in quarter number two on the punt return. And I think that's extra momentum. And I wonder if they just roll it forward and maybe don't just kick the extra point. Stop. Die muss blocken. Oh. Acht Punkte. Lynch. Ja, 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 ja. Mit 215-Jahr-Linie. Mahomes macht sich wieder bereit. Chiefs sind 8-0 hinten. Super, weil der so eigentlich nie stattfinden könnte. Oh, stark gemacht. Vom zweiten. Oh, da kommt ein Pass. Kelsey ist trotzdem down. 2-Minute warning. Dritter und 4. Schafft das? Yes. Das funktioniert. Schade. Casey Haberl war nämlich da schon durch. Freddy Cox war da. Ihr seid so bescheuert. Hallo. Schaden Gewerl. Because in the Super Bowl, if the quarterback does anything, he wins the award. But this time, the defense, which got them there, is going to take charge. And Fred Warner walks away. Super Bowl MVP. 49ers. Super Bowl champions. Stark Tyler Lockett, raus zu 35. Ja, kommen wir nicht weiter, 7.8, 7.30. Oh, Incomplete. 10 Sekunden. Tyler Lockett muss nur schnell genug wegkommen. Oh, Incomplete. Jetzt muss zum Tacker kickt ihn das Feld nach oben, nach unten. Das war knapp, das war knapp mein Freund, das war knapp mein Freund. Kelsey kommt aber nur zwei Yards nach vorne. Hier ist Jordan Coy hier, der kann sich aber nicht durchsetzen und Kelsey am Boden von Shazir und Casey Hayward. Und Kansas puntet erneut, diesmal hoffentlich in unsere Hände. Er ist ein Touchdown und ein Punt-Return. Der Lockett hat da übrigens ganz viel Platz, wollte ich nur mal so sagen. Und auch der zweite Touchdown wird ein Punt-Return sein und es ist wieder Tyler Lockett. Beide Defense-Einheiten super, aber die Special-Teams entscheiden hier bisher das Spiel. Zweiter Touchdown. Und jetzt machen wir das Ganze ein Drei-Fach-Scoring-Game, jawoll. Und jetzt muss Kansas zwei Touchdowns holen und, naja, zwei, zwei, eine Keypoint-Conversation erreicht auch, aber trotzdem. Müssen sie erstmal hinkriegen, 15-0 Chargers, zweimal ein Punt-Return von Tyler Lockett. Mal Holmes, in der Mitte. Und Damien-Williams dreht sich zwar noch nach vorne, kommt da aber nur zwei Yards. Weit, insgesamt. Oh, der ist komplett frei. Mahomes mit einem Klasse Pass auf Tyreek Hill. Touchdown, Kansas. Und der ist so weit alleine, Halleluja. 15-7. Kansas schlägt zurück. Kick-Return, Fragezeichen. Nein, aber bis zur 39. Tyler Lockett. Boah, Eckler schafft zumindest zwei Yards nach vorne. Nach vorne. Nein, der ist so weit nach vorne. Aber in order to get the separation that you just talked about, change things a little bit, change your tendencies, try and hit them a little bit more with some things they didn't see in the first half. And see if they do just that? Die. Die. Und all, das ist in one hand and well. Schrogg. Und jetzt sind richtig, also. priced out is the tackles made at the chiefs forty you see guys like that make that type of a catch not fair goes through my brain that size that speed and now they're acting like wide receivers too yeah tied in one-handed catches they're kind of like wide receiver one-handed catches nowadays just not right Ohohoho, der Tackle ihn aber da weit weg. Halleluja. Keine Chance, kommt da nicht raus. Zählt zu 41. So, und sie. Okay, wir sind jetzt hin. Oh, Intercepted. Intercepted. Ei, 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 ei. Das war nicht geplant. Das war nicht geplant. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Jawohl. Da kommt der James. Stark. 15. 15. Vor allem wird das Ganze halt auch ein bisschen länger, ja? KC Hewatt von Clarice Kelsey. Jawohl, James regiert da noch richtig. Nein, er schafft's. Damien Williams schafft's halt. Das ist genau die Lücke. Das darf nicht passieren. Oh, das wäre die Interception in die andere Richtung gewesen. Jetzt sind wir Glück-Kassetten. Komm, 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 komm. Watkins is down. Sieben Yards schaffen sie aber. Komplett. Das war die falsche Ansicht. Watkins. Das war die falsche Tatsache. Oh, Tatsache. Oh, Lala. Jetzt da. Incomplett. 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 Und er ist wieder angekommen. Oh, da muss doch einer sehen, dass der komplett frei rumsteht da. Ja. Otter. Polep Elena. about woah, remotelyfloor. now a timeout called for by the offense. As they get it right at the 32nd mark of this 4th quarter. Der Bolden demiş. The 13th. The 13th. ark of this, Warden emphas. 더� One- Sekunden. Mahomes to throw. This is caught. Watkins. Now another timeout called for by the offense. As they stop it with 25 ticks Pass kommt. Oh, aus. Incomplete. Incomplete. Mahomes. 18 Sekunden zum Ausgleich. Incomplete as well. One score down. Here we go. They're gonna go for it here on fourth down. Mahomes gonna go on fourth down. Yes. Incomplete. Down to 15 seconds now. Casey Hayward, the pro bowler, there to knock it away. The Charger drive about to get going. And this one all over but the shouting, you might say. Now, there's one time out remaining defensively, but... Probably no real need to use it here. Yeah, the only time they would use it, strictly for pride. And a timeout coming in. This will be their final one with 10 seconds remaining. The last run got six, now second and four. It's Eckler again. Oh, Eckler. Aber es ist aus. 15 Siebern am Ende. Heiei, sind wir eng geworden. Und hinten raus, Halleluja. Halleluja. Ein Superbowl zum Mitfiebern. Und da wären wir uns auch noch mal fast durchgekommen, hier in letzter Sekunde. Und die Chargers holen sich Superbowl 54. Äh, doch, 54. Und hier war der MVP definitiv nicht Patrick Mahomes, sondern Tyler Lockett. Ja, da waren schon ein paar klasse Peste dabei, muss man schon sagen. Tarek Hill mit seinem Touchdown. Bombe. Tyler Lockett mit seinen zwei Punt Returns. Zwei. Player of the Games, aber Austin Eckler, MVP. Acht Carries, 61 Yards. . Vielen Dank. Vielen Dank. Genau, und bis dennne. Ah, jetzt kriegen wir unsere Bonuspunkte hier. Jawohl. Boah, wir haben die andere auch nicht geschafft. Schade, schade. Nur drei Punkte für uns. Na gut, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Also, sage Tschau mit V und bis zum nächsten Mal hier machen wir ein kleines Back-Opening. Bis dann. Tschau. Musik Bis zum nächsten Mal.